UNTERTITELUNG Morgen, Herr Professor! Wohin soll ich denn gehen? Zu Haus C, bitte! Doch, du willst ein Stück mitfahren? Ich muss zur Schule, weißt du doch! Was ist denn passiert? Jossa hat einen Toten gefunden. Krass! Bist du stolz? Ja! Tag, Herr Köder. Der hat seiner Frau die Brustwarzen abgebissen. Echt? Aber das bleibt unter uns sein. Ja. Wer hat den Kuchen gebacken? Meine Frau. Was heißt denn für sie bezahlt, Herr Professor? Wer hat eigentlich auch mal mit sich so ne Party? Echt ein Gästchen, so ganz normal. Die sind doch echt. Meine Eckmanns, Henkels, Jakobs. Ob die Henkels normal wären? Weiß wer! Was ist das eigentlich für ne Krankheit, wenn man nur Beefy isst? Ich hab versucht mich umzubringen. Was? Warum betrückst du Mama? Ähm, wir haben gerade Sachen besprochen. Ich wollte Frau Ehlers jetzt ans Tor bringen. Ja, klar. Ich möchte ein Eisbär sein. Und dann kannst du fast alles ganz toll zerschneiden. Das probier ich gleich mal aus. Guck mal. Halbe Praline in der Verpackung für Frau Ehlers. Hau auf! Geht in euer Zimmer. Geht nach oben! Geht nach oben! Geht nach oben! Geht nach oben und geht weg! Geht nach oben! 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 Ist das wieder Italien? Merkst du wie es wärmer wird nur weil du aufs Bild guckst? Stimmt! Hab die Hals hoch gedreht! War arschkalt! Untertitelung des ZDF, 2020